Hallo, mein Name ist Heino Stülver. Ich möchte Sie sehr herzlich einladen zu einem Webinar über E-Zigaretten, was wir wissen müssen. Nächste Woche Mittwoch, 27.05. von 9 bis 11.30 Uhr. In diesem Webinar geht es darum zu klären, was wir eigentlich über die Schädlichkeit, die Risiken, aber auch die Chancen von E-Zigaretten und Tabakehitzern wissen in Deutschland. Eine Zwischenbilanz ist das Ziel, ein Sachstandsbericht darüber, was als gesichertes Wissen angesehen werden kann und wo weitere Forschungen notwendig sind. Eingeladen zu diesem Symposium sind hochgerätige Teilnehmerinnen aus verschiedenen Disziplinen, aus der Epidemiologie, aus der Medizin, aus der Toxikologie und aus der Sozialwissenschaft. Beginnend mit Dr. Ute Mons vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg, mit Dr. Thomas Hering, Facharzt für Pneumologie und Allergologie und Schlafmedizin in Berlin, mit Prof. Dr. Martin Stork aus der Klinik für Gefäß- und Thoraxchirurgie in Karlsruhe und Daniela Jamin vom Institut für Suchtforschung der Frankfurter University. Die Frankfurt University of Applied Sciences ist auch Ausrichter dieses Webinars und wir bemühen uns beständig mit diesen Webinaren und mit diesen Konferenzen mehr Licht in das Dunkel zu E-Zigaretten zu bringen. Ich lade Sie sehr herzlich ein. Sie finden den Zoom-Link, um sich zuzuschalten, unten unter diesem Video. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.